Hallo, ich bin Miri und mein Trom-Trip führt mehr nach Belgien. Ich gehe auf Belgien, um die schönen Altstädte zu besichtigen, der Küste entlang zu fahren und auch die belgische Kultur kennen zu lernen. Besonders die Bierkultur interessiert mich natürlich. Bier bringt Menschen zusammen. Äh, 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 well before Internet. Äh, äh. Dazu gehe ich gerne mit meinen Kolleginnen auf dem Heimweg noch an einem Festival vorbei, um nicht Schweizer, sondern belgische Bier zu testen. In diesem Sinne, Cheers! Ciao! 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 Ciao!